Aber ich möchte natürlich schon, dass es nicht so oben rechts klebt. Also was kann ich machen? Wenn ich mir HTML angucke, hier habe ich ja eigentlich einen Absatz drin. Ich könnte mich direkt auf diesen Absatz beziehen und sagen, ja, dieses P hält mir Abstand. Allerdings habe ich ja weiter unten auch noch ein paar Absätze drin mit P. Also ist das nicht ideal, wenn ich hier diesem P prinzipiell sage, halt mir Abstand, prinzipiell. Kann ich dann überlegen, kann ich einen Typselektor machen, das wäre dann für alle P's. Könnte eine Klasse einteilen, das könnte man schon. Ist eine Möglichkeit. Ich habe aber auch noch jetzt als Neuerung hier, was man bisher noch nicht im Kurs hat, die Möglichkeit, mich auf Sachen zu beziehen, dass ich sage, nur alle P's, die innerhalb dem Kopfbereich sitzen, kriegen bestimmte Sachen zugewiesen. Keine P's, die außerhalb von diesem Kopfbereich sitzen, nur alle, die innerhalb vom Kopfbereich sitzen. Und das kann ich recht einfach machen. Das Beziehen lautet dann einfach, alles, was im Kopfbereich sitzt und P quasi ist, das soll bestimmte Sachen zugewiesen bekommen. Damit ich mal sehe, wie sich das auswirkt, gebe ich auch dem hier mal diesen Background-Color mit, und zwar in Rot. Jetzt müsste ja das P eine Hintergrundfarbe kriegen, in Rot. Wenn ich es mal anzeigen lasse, sehe ich Bereich Kopf, ja, wenn ich mich vertippe, ist schlecht, so rum ist es besser. Dann sehe ich A, mein P kann ich jetzt direkt ansprechen. Wenn ich jetzt hier noch einen Innen- oder einen Außenabstand mitgebe, ich gebe hier mal einen Außenabstand drin mit, die Margin, bezieht sich das nur auf das P, Margin Top 20 Pixel zum Beispiel, dann hält mir jetzt dieses P 20 Pixel von oben Abstand. Und wenn ich hier einen roten Balken drin haben will, sieht das auch gleich nett aus. Aber so sehe ich natürlich schön, wie wirkt sich meine Anweisung aus, indem ich diese Hintergrundfarben kurz mal einsetze, während den Entwickeln. Jetzt hält es mir Abstand von oben. Von rechts soll es bitte auch noch ein bisschen Abstand halten. Auch das gebe ich im CSS noch mit, sprich Margin Right. Auch da 20 Pixel. Wenn ich es mir dann angucke, sehe ich, jetzt hält es auch da 20 Pixel Abstand. Und jetzt kann ich diesen roten Balken natürlich rausnehmen, weil jetzt weiß ich ja, wo arbeite ich denn. Diesen roten Balken kann ich jetzt mal auskommentieren, da kann ich ihn später auch wieder schnell einkommentieren zum Testen, wenn ich es brauche. Auskommentieren, diesen Slash, dann Stern. Alles das, was hier zwischen den folgenden Sternen-Slash sitzt, gilt dann nicht mehr. So kann ich Sachen kurz mal zunichte machen, ohne dass ich sie rauslöschen müsste. Kann natürlich hier auch mehrere Sachen umschließen. Jetzt gilt weder Margin Top noch Margin Right noch Background Color. Jetzt sitzt es wieder rechts oben drin. Also das ist eine recht geschickte Sache im Endeffekt, um Sachen auch kurz mal zu testen. Weil manchmal macht man was und denkt, passt ja alles irgendwie nicht so, wie ich es mir gedenkt habe. An welchem Problem hängt es genau? Und dann ist geschickt, Sachen auskommentieren zu können. So. Das bitte jetzt bis zu dem Stand machen und gucken, dass es einigermaßen aussieht. Dann bin ich zu. So. Dann bin ich alle hier in買ert. Dann bin ich hierher. Und dann bin ich hierher. Also geht's. Dann bin ich hierher. So.